Dardanellen, Halbinsel Gallipoli, Frühling 1915. Das britische Empire will eine neue Front öffnen. Es war für eine nie dagewesene Invasion des osmanischen Mutterlandes durch die größte Einzelförte aller Zeiten. Den Rest, den wir leider nicht mehr ganz lesen können, aber ihr könnt das jetzt hier noch kurz verfolgen oder auf Stop drücken. Und dann viel Spaß mit der Sequenz, die gleich folgen wird. Friedrich Bischof. Oh Gott. Hey, sind Sie Friedrich Bischof? Nein, der ist tot leider. Aber ist das nicht Ihr Bild? Schon möglich. Jack Foster. Ich wurde Ihnen zugeteilt. Wurde es dann nicht. Schaffen Sie das Kind hier weg. Keine Chance. Er ist schließlich nur wegen Ihnen hergekommen. Friedrich Bischof, der Stolz Australiens, hat so ein falsches Alter genannt, um dienen zu dürfen. Kannst du machen? Ja. Gut. Komm mit. Und damit herzlich willkommen hier zum Bette für eins. Sehen Sie sich Ihre Stellungen an? Wie sollen wir den Strand einnehmen? Diesmal haben wir die Dreadnoughts. Stopft ihr was in die Ohren, Junge. Gleich wird's laut. Ja, wir sind hier bei Battlefield 1. Ich freue mich, dass wir hier wieder... Koordinaten bitte. Dass wir ein bisschen was zuballt haben müssen. Geil. Ähm, ich muss noch eins zugeben. Ich habe leider das Ende der letzten Mission unterschlagen. Es tut mir sehr leid. Es wird Zeit. Wo willst du hin? Ich komme mit. Waffe hochnehmen. Okay, du bleibst hier. Und du rückst mit dem Etappenkommando erst vor, wenn ich das Leuchtsignal gebe. Ja, Sir. Ja, Sir. Pass auf dich auf, Junge. Ich muss zum oberen Ende des Strandes. Ich habe ein bisschen weiter gespielt und dann kam das Ende schon und ich habe es versucht, noch mal zu laden. Das hat der Reden, das hat der Reden, das hat nicht mehr zu laden. Das hat der Reden, das hat nicht mehr zu laden. Von dem her tut mir das leid, aber das Ende war geil. Das ist leider. Aber ich kann es da nicht mehr laden und da kommt der Ladewalt, das war. Ähm, aber danach kommt halt nichts mehr. Und das macht natürlich jetzt nicht so viel Sinn, da ewig lang Buhl zu machen. Da habe ich gedacht, ich spiele lieber hier ein bisschen weiter. Im Endeffekt gucken wir hier sowieso nicht so viele Leute zu. Es ist schade, aber... Ich habe vorhin draufgespielt, das kann nicht sein, dass ich hier... Gelegt nicht, was ich nicht sagen werde. Aber die Steuerung immer wieder ein bisschen anders ist. Das ist einfach so viel Sinn. Kommt schon, Jungs, kommt da mit euch. Ich bin übrigens wieder unsicher mit diesem Scheiß OBS, aber es funktioniert leider. Ich bin ein bisschen unvorsichtig. Ich bin ein bisschen unvorsichtig. Ich bin ein bisschen unvorsichtig. Wir bauen ja eine Waffe. Wir driften uns die ganze Zeit. Das ist nicht gut. da sind wir jetzt gerade ein bisschen festgeglitscht es Der ist echt fies. Der ist echt fies. Okay, das reißt natürlich hier schon ein bisschen mehr. Das heißt, sehe ich nichts. Oh, Mann. Du stehst hier direkt vor dem. Ich bin gerade so ein bisschen neben der Spur. Ich weiß auch nicht warum. Okay, das ist gut. Wir müssen den Punkt einnehmen. Oh, Mann. Konzentriert jetzt. Schau. Lieber ein bisschen warten. Schau. Stop! ZEIT! Da ist nichts. Wo schießen die von der Hälfte, ne? Ja, da reiß ich nichts, ne? Ne, 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 ne. Da muss ich treffen. Ja, da treffe ich ja nicht. Scheiße, ey. Okay, wir müssen anders vorgehen. Das wird zu nix. Leider haben wir mit der jetzt keine Reichweite. Was ist das? 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 Endlich! Da ist es halt in die falsche Lichtung. Da muss man ja echt komplett vor dem Steg sein. Mit dem komme ich überhaupt nicht klar. Ich habe keine roten Karabiner, es ist einfach. Die kann man mal mitnehmen. Wo kann das hin? Wo? Wenn wir bloß alle Karabiner hätten. Zwei Schuss haben wir die nämlich. Wird Zeit für das Leuchtsignal. Gut. Dann machen wir das mal. Scheiße! Willst du mich verarschen? Komm hier! Hier! Da! Sieh dir das an! Junge, du hast dich in die Hölle gelogen! Aber ich... Du wolltest eine Statue von dir auf dem Marktplatz! Komm schon Junge! Steh auf! Komm schon! Ich werde sterben! Das ist ja nicht! Das ist Australier! Uns bringt nichts um! Ja, vermutlich! Außer... Du bist ein Kiwi! Nass! Nun! Eins nach dem anderen! Hier! Komm schon! Steh auf! Schau mal! Den Arm hierher! Den rechten raus! Schaft gegen die Schulter! So! Wange an den Schaft! Nein! Ja, so! Du musst schon richtig zielen! Gut! Ja! Füße ein bisschen auseinander! Schaft gegen die Schulter! Ich habe mich gerade gefragt, ob ich meine Australier verloren habe! Was kann ich für Sie tun? Sie nichts, aber der Junge! Wir brauchen einen Meldegänger für die Front! Wirklich? Ja! Nein! Das können Sie von dem Jungen nicht verlangen! Er würde keine fünf Minuten überleben! Nein, nein! Ich krieg das hin! Nein! Ich mach's! Schön! Sie bleiben bei mir! Und Sie! Sie werden laufen! Ich muss irgendwie an diesen Ausnahmen vorbei! Ja, wir werden laufen! Alles klar! Oh! Hoffentlich haben wir aufgenommen! Damit komme ich überhaupt nicht lang! Mit dieser Ungewissheit! Ich hab grad gedacht, what the fuck! Aber guter Lehrer ist er auf jeden Fall! Ich hätte nicht gedacht, dass er das so mitmacht! Es wäre schon geil, wenn wir den Karabiner hier noch weiter benutzen dürften! Weil... Den finde ich eigentlich ganz geil! Muss ich sagen! Alles klar! Alles klar ist! die sind und hat die die Ja, okay. Äh, Munition. Ja. Boah, da hat einer aber ne fette Waffe. Fuck ey, okay, ich, ich, da war ich ein bisschen zu, äh. Optimistisch, sag ich mal, das müssen wir ein bisschen anders lösen, da müssen wir uns ein bisschen zurückhalten, vor allem ich, nicht ganz nach vorne, wir machen das ganz anders, wir versuchen einfach dran vorbeizugehen, das wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren, aber, wir versuchen das. Okay, dann benutzen wir das halt nicht. Ah, nein, 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 das war nicht so geplant. Dann haben wir aber versucht uns jetzt mal, wir metzeln alles nieder, was uns im Weg steht, aber wir versuchen das auszuweichen, was wir nicht. Shit. Das ist schwierig, aber wir versuchen es nochmal so. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert, bloß sind wir da jetzt direkt einfach frontal. Okay. In dem Fall haben wir das Ziel erreicht, das wir erreichen sollten. Wir sind quasi, während wir das Ziel erfüllt, haben wir gestorben. Jetzt müssen wir quasi, ja, wie er schon gesagt hat, melden, 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 laufen, 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 wir zurückgehen. Schöne Augen vorbei. So muss ich mal versuchen, das. Habt ihr das gesehen? Was ist das scheiße da überhaupt? In der Echt da! Ja. ich habe gerade selber eine granate geworfen wie doof kann man eigentlich sein wie doof kann man sein aber es ist dunkel ist es kurz nach zwölf ich sehe auf meiner tastatur einfach gar nichts wir versuchen es einfach noch mal wir haben ja zeit das gleich abspielen Ich treffe gerade nicht. 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 Habe ich aber nicht. Nein, das hast du nicht. Guter Schuss. Ach, naja, also ich habe ihn da draußen gesehen und ich... Der Feind dringt um die Wahl zurück. Doch, dies mir. Bischop, melden Sie der Etappe, dass wir vorrücken. Keine Sorge. Ich komme schon zurecht. Dann machen wir das mal. Beziehungsweise, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie viel Uhr das eigentlich ist. Ich mache mal mein Macbook an. Vielleicht müssen wir aufhören. Wir hören auf für diesen Part. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.